In diesem Beispiel lernst du, wie du Zuordnungen auf Proportionalität untersuchst. Untersuche, ob die Zuordnung proportional ist. Falls ja, gib den Proportionalitätsfaktor an. Die Menge an Äpfeln wird ihrem Preis zugeordnet. Die Tabelle zeigt vier Wertepaare. Zum Beispiel kosten 3 kg Äpfel 4,50 Euro. Bestimme für jedes Wertepaar den Quotienten aus dem zugeordneten Wert und dem Ausgangswert. Hier also Preis geteilt durch Menge. 1,5 geteilt durch 1 ist 1,5. 4,5 geteilt durch 3 ist 1,5. Genauso 6 geteilt durch 4 und 9 geteilt durch 6. Jedes Mal der gleiche Quotient. Daher nennt man die Zuordnung quotientengleich. Quotientengleiche Zuordnungen sind proportional. Der immer gleiche Quotient heißt Proportionalitätsfaktor. Dass die Zuordnung proportional ist, kannst du auch daran erkennen, dass der Preis im gleichen Verhältnis steigt wie die Apfelmenge. Verdreifacht sich nämlich die Menge, so verdreifacht sich auch der Preis. Vervierfacht sich die Menge, vervierfacht sich der Preis. Versechsfacht sich die Menge, versechsfacht sich der Preis. Also ist die Zuordnung tatsächlich proportional. Untersuche eine zweite Zuordnung. Die Geschwindigkeit v wird dem Bremsweg s zugeordnet. Prüfe die Zuordnung auf Quotientengleichheit. Teile dazu bei jedem Wertepaar den Bremsweg durch die Geschwindigkeit. 2 geteilt durch 5 ist 0,4. 6 geteilt durch 10 ist 0,6. Stopp! Du musst nicht weiterrechnen. Denn sobald zwei Quotienten unterschiedlich sind, kann die Zuordnung nicht quotientengleich sein. Und damit ist sie nicht proportional.